Danja, fünf Schritte vorwärts. Aaaaaaah! Oh, was ist denn passiert? Warum bist du denn jetzt auf einmal... Ja, 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 ich glaube auch. Du sollst natürlich auch was von diesem Wasserpark mitnehmen, ne? Zombie, schlechte Laune. Hey Leute! Was geht? Kanja mit? Danja! Hallöchen, Danja! Na, alles klar? Ja, bei dir auch. Ja. Das sieht hier eigentlich ganz witzig aus. Ja, bis auf diese Freunde hier. Ja, die verderben mir grad irgendwie so ein bisschen den Spaß. Ja, Danja, willkommen im Zombie-Wasserpark. Hier war ich schon mal. Und irgendwie, wenn ich dich sehe, erinnert mich das immer sehr stark an die Zombies. Ich weiß nicht wieso. Dankeschön. Vielleicht liegt das an deinen Augen. Du hast auch so grüne Augen hier. Weißt du, du hast so eine zerrissene Hose. Du hast einen zerrissenen Mundschutz und ich bin der Zombie. Wenn wir das mal kurz festhalten. Ja. Aber, äh, Danja, ich hab heute ne Challenge mit dir hier bei dieser Obie vor. Ja. Und zwar, ähm, können wir beide, oder wenn einer von uns sagt, fünf Schritte vorwärts, dann müssen wir, egal wo wir gerade stehen, fünf Schritte vorwärts gehen. Also auf W drücken. Oh Gott, das wird so nervig. Das wird so nervig. Ja. Geh du mal ruhig vor. Komm. Mhm. 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 Danja, fünf Schritte vorwärts, bitte. Mhm. Mhm. Ich glaube, ich hab verstanden, was du möchtest. Ich hab meinen nächsten Checkpoint schon erreicht in der Zeit. Kann. Ich seh dich gar nicht. Ja, da bringt's grad nicht so viel. Danja, fünf Schritte vorwärts. Ahhhh. Oh, wir. Was ist denn passiert? Warum bist du denn jetzt auf einmal? Mhm. Ja, ja. Ja, ja. Ich glaube auch. Ich würde auch sagen, bei jedem Checkpoint darf man höchstens... Ja, nein, man darf es auch, wie man will. Danja, fünf Schritte vorwärts. Ohhhh. Mhm. Glück gehabt. Da hast du noch mal Glück gehabt. Ja, war ich schnell genug. Karan, fünf Schritte vorwärts. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich hab, Danja, fünf Schritte vorwärts. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hey. Das war ein bisschen viel. Naja, okay, komm. Zwischendurch, würde ich sagen, machen wir aber... Also, wie wir wollen. Mhm. Es soll ja nicht langweilig werden. Wir sind hier grad in den Umkleidekabinen. Also, du sollst natürlich auch was von diesem Wasserpark mitnehmen, ne? Also... Mhm. Zombies, schlechte Laune. Och, Danja. Ja, ja. Ja, ja. Ich weiß grad nicht, wo du bist. Was? Hä? 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 Wo muss ich denn jetzt schon wieder hier lang? Danja, egal wo du bist, fünf Schritte vorwärts. Hm. Hm. Stimmt, das wär noch cooler, wenn wir das nicht... Genau, wir sehen uns nicht. Das ist noch besser. Karn, egal wo du bist, fünf Schritte vorwärts. Hm. Hm. Ich bin über Seife gelaufen. Das klang mir aber jetzt grad irgendwie noch nicht verzweifelt genug, muss ich sagen. Danja, fünf Schritte vorwärts. Eins, drei, drei, vier, fünf. Oh, jetzt bin ich, glaub ich, unter dem Schwimmbad. Wo auch immer du bist. Fünf Schritte vorwärts. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh, das war perfekt. Das war ein bisschen mehr als fünf Schritte, aber die fünf Schritte hab ich auf jeden Fall gemacht. Ja. Is that a giant zombie? Ja, it is a giant zombie. Und natürlich werde ich von dem gefressen. Danja, wie wär's mal, wenn du an dieser Stelle... Fünf dieser vorwärts. Fünf Schritte vorwärts machst jetzt, egal wo du bist. Oh Mann. Oh Mann. Das ist furchtbar. Ich hasse diese Challenge. Bei welchem Level bist du eigentlich? Level drei, wow. Ja, ich weiß nicht. Fünf Schritte vorwärts. Fünf Schritte vorwärts. Ja komm, ich lass dich in Ruhe jetzt mal kurz. Besser ist. Und, wo bist du gerade so? Ich bin bei Level neun schon. Hm. Ich würde jetzt fünf Schritte vorwärts gehen, wenn ich... Wenn ich du wäre, würde ich das jetzt machen. Eins, zwei, drei, vier... Oh ja. Natürlich! So, hier. Ich zieh euch. Dann ja fünf Schritte vorwärts. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf... Hat gepasst? Ja, hat gepasst. Dann mach doch nochmal fünf Schritte. Danke schön. Eins, zwei, drei, vier, fünf... Mach auch zehn Schritte. Wo bist du denn gerade bei Level fünf? Wo auch immer du gerade bist... Ja. Fünf Schritte vorwärts. Eins, zwei, drei, vier, fünf... Ja, war gut. Daniel, wie wärs mit fünf Schritten jetzt mal vorwärts? Och nein! Wirklich? Ja, bitte. Also es ist einerseits lustig und andererseits enorm nervig. Ich war gerade nämlich am Ende von diesen Bläschen hier. Ja, da passt es natürlich gar nicht. Wie zum Beispiel jetzt, wenn du fünf Schritte vorwärts gehen würdest. Kann? Fünf Schritte. Kann? Ja? Geh doch mal fünf Schritte vorwärts. Ah, okay. Ja, ich bin gerade hier bei Wähle nicht die falsche Tür und irgendwie... Oder Wähle nicht die falsche Wand. Ich komm irgendwie die ganze Zeit schon nicht weiter. Hm, na dann geh doch mal fünf Schritte vorwärts. Oh ja, bin ich schon wieder. Wo bist du denn bei Level... Immer noch bei Level fünf? Ja, du hast mich gerade ja auch zweimal da reingeschmissen. Du hast mich einfach... Ja. Naja. Gut. Dannja, fünf Schritte vorwärts. Äh, also kann ich auch einfach in die Richtung laufen, die ich gerade eh gucke. Ja, kannst du. Einfach auf W drücken. Also du musst immer auf W drücken. Ja, gemacht. Ja, doch. Passt. Gut. Auf in den Abfluss. Da trifft man Kahn übrigens öfter im Abfluss. Ich fand das gerade sehr witzig. Oh Gott. Oh Gott. Was sind das denn hier für Bläschen? Danja, fünf Schritte vorwärts. Eins, drei, drei, vier, fünf... Ha! Hat gepasst, hat gepasst. Ja. Also ich bin vielleicht auch einfach ein bisschen weiter gelaufen als fünf Schritte. Aber das war jetzt glaube ich auch nicht so schlimm. Also das ist das... Oh Gott. Uiuiui. Was ist das? Ein giant Zombie. Und der hat mich gefressen. Okay. Und du bist jetzt beim Zombie? Im Zombie, ja. Ja. Ja, dann mach doch jetzt mal die fünf Schritte vorwärts, Danja. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf... Oh! Hat gepasst. Ich bin jetzt hier bei der Eisziele. Danja, fünf Schritte vorwärts. Mhm. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dankeschön. So. Danja! Fünf Schritte vorwärts. Nein! Doch! Mann! Los Jens! Do it. Just do it. Neckart Challenge. Just do it. Ja, ja, ich hab's gemacht. Yeah! Ich hab die OBI geschafft. Guck mal, du hast schon die ganze Zeit vergessen was zu sagen. Ich bin schon mit der OBI durch. Ja, ja. Und du noch nicht, ne? Ja, ich hab mich konzentriert, okay? Ja gut, jetzt lass ich dich ja auch in Ruhe, weil ich ja mit der OBI schon durch bin. Mhm. Ja, ich glaube nicht, dass du mich jetzt in Ruhe lässt tatsächlich. Doch, doch. Das ist die Regel. Ich bin mit der OBI durch, das heißt... Ach so. Ja, ich sterb auch grad so irgendwie. Wo bin ich denn da? Ich wollte grad sagen, ich muss dir den gefallen wahrscheinlich gar nicht tun. Mhm. Das ist auch so grad irgendwie... Das kriegen wir alles schon irgendwie geregelt. Ich spring ja irgendwie nicht weit genug. Hier auf dieses grüne Teil eigentlich draufstehen. Nein. Schade. Das wäre zu einfach gewesen. Mhm. Dieses Gewarte zwischendurch finde ich etwas... Die Ladezeit mehr... Ja, ist bei jeder OBI immer so ein bisschen unterschiedlich. Bei Meichen geht das schneller und bei Meichen... Ach, das stimmt wohl. Mann! Mann! Wo bist du denn? Level 8? Ich bin bei den Gehirnen. Ist grad aber bei der Hälfte, ne? Weißt du? Ja, ich weiß, aber ich bin hier irgendwie... Ich hänge bei den Gehirnen fest. Ich komme von diesem letzten Hirn irgendwie nicht. Na gut, das ist an Hirn bei dir sowieso fehlt. Weißt du was, ey? Ja, der war fies. Muss ich sogar gestehen. Also... Ja, ja. Das war schon. Schon okay. Ja, ich merke es mir einfach. Ja, dann ja. Und sonst so? Ja, ich frage mich gerade, warum ich da nicht hin komme. Weißt du was? Ich bin ja mit der OBI schon fertig. Und ich bin ja hier drüben, ne? Ich komme jetzt mal kurz rüber und helfe dir bei der OBI, okay? Nee, du bist aber nett. Ja, du bist nett. Ja, kannst du mal sehen. Ich komme mal rüber. Mhm. Okay, muss nicht. Ich habe es geschafft. Hallöchen! Ich habe es geschafft, hi. Ich beobachte dich von hier. Wir haben zwar keine Facecam. Ja. Aber man kann uns bestimmt hören, oder? Ich denke ja. Ja. So. Ich schaue mir das jetzt mal neben Dania ein bisschen hier an. Auch wenn ihr uns nicht sehen könnt. Aber ich habe es geschafft übrigens. Ja, sehr gut. Die Stelle vorhin, ja. So, oh. Okay. Ich sehe es nicht. Da sollte man nicht durchlaufen. Ich glaube, erst war es links. Ah, links. Dieses links. Oh, doch nicht. Boah! Ja, sorry. Das war schon... Das war schon gut. Ich glaube, rechts. Ich glaube, dann links. Ganz links. Und dann Mitte. Ja. Yeah. Yeah. So, und jetzt wird es so natürlich wieder ausgepupst. Ja. Ich habe das Gefühl, wenn so ein Coach neben dir ist, kriegst du das noch besser. Nein, nein, nein. Nicht da. Nicht da. Ach so, hier und dann da drüben. Genau. Ja, genau. Darüber. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es ein Speedrun ist. Hast du das doch gerade gemacht? Ja. Okay. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Oh mein Gott. Das war dumm. Gut, dass ich dir hier nicht die fünf Schritte gegeben habe. Ja, da bin ich jetzt auch gerade ein bisschen froh. Oh, sehr gut. Ich merke auch, du spielst schon mit der Maus. Ja, wie gesagt, hier geht es ganz gut von... Immer im Wechsel. Ja. Ja, dann ja gar nicht so schlecht. So. So nach oben. An deiner Stelle würde ich die blaue Rutsche nehmen. Warum? Schauen wir mal, was er sagt. Ja, und die grüne wäre vielleicht zu einfach, weil da unten... Ja, stimmt. Ich habe irgendwie... Boah, ich habe so wenig Vertrauen. Sie traut mir nicht. Ja, ich würde mir auch nicht vertrauen, bin ich ganz ehrlich. Oh Gott, ich vertraue dir trotzdem mal. Mann, das gibt es ja nicht. Hast du mich gerade richtig eiskalt verarscht? Ja, so in der Art. Ich glaube das nicht. So, nochmal die Treppe hoch. Ich glaube beim zweiten Mal funktioniert die blaue aber. Äh, ich glaube nicht. Also nochmal lasse ich hier sicherlich nicht. Ja, siehst du? Du hast noch den Check. Aber du musst mit der Leertaste jetzt einmal hoch. Ja. Yay. Ah, okay. Und hier steht jetzt, be careful not to touch those poo flows. Das heißt, ne, dass du die Ringe nicht berühren. Das heißt, ich laufe dran vorbei oder wie? Ja, oder schwimmen, ne. Ich weiß nicht, ob du auf Wasser laufen kannst, aber du kannst auch gerne hier durchschwimmen. Ja, gut. Oder laufen. Ja, oder laufen. Tatsächlich hätte ich gedacht, ich musste schwimmen. Okay, du bist auch gleich schon fast am Ende. Ja, kannst du mal sehen. Geht ja doch alles. Dauert nur ziemlich lange, man braucht nur doppelt so viel Zeit. Ja, du darfst nicht so weit vor, du musst deinem Sprung auch vertrauen. Ja. Du vertraust deinen Sprüngen doch nicht so ganz. Ja, das stimmt. Du kannst ruhig ein bisschen weiter hinten abspringen. Ich kann es halt einfach noch nicht so weit. Vielleicht nicht so weit, aber... Ja, ja. Ich überlege gerade. Genau, von hier zum Beispiel. Zack. Ja. Ja. Danja. Ja, du brauchst mich nicht so angucken. Ich weiß, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber Danja guckt mich gerade an und möchte mich damit töten mit diesem Blick. Wie bei Superman. Nein, vielleicht nicht unbedingt töten. Verletzen. Ganz schwer. So ein bisschen. So, dass ich die nächsten zwei Wochen einfach ruhig sein muss. Hm, das wäre auch mal was. Guck, sehr gut, sehr gut. Das wäre auch mal was. Klasse. Vielen Dank. So, du bist gleich am Ende. Jetzt musst du über die Püblom. Ja, ja, ja. Hm, diese Hütchen. Guck mal, merkst du das? Nimmst du eigentlich was von der Map mit, solange du auch hier bist? Ja. Guck mal, das ist schön... Schön Ice Cream. Mhm. Also wenn der Zombies nicht hier werden... Hast du das? Nein, das bist du immer nicht. Ahaaa... 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 Ja, ich fasse... Ahaaa... Passe mich deinem Humor an. Ah, ja, stimmt. Ja, da hast du recht. Ah, die Kunden. Ja, ich bin wieder zurückgekommen. Das ist aber nicht. Ja. Damit du... Weil, guck mal, wenn du jetzt im Ziel bist, bist du... Ich bin zwar schon bei Level 19, was aber nicht schlimm ist, Stage 19. Ja. Ähm, wenn du jetzt im Ziel bist, hast du gewonnen. Das ist aber schön. Auch bei der 5 Schritte Vorwärts Challenge. Yeah. Die soll er vielleicht auch mal machen. Die fände... Oh. Ja. Das stimmt. Das könnte witzig werden. Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob wir das auch mal so machen wollen. Mhm. Die Treppe runter zum Beispiel. Gar niemand wünscht dir. 5 Schritte Vorwärts Fallen. Ja. Yay! Glückwunsch, Danja. Dankeschön. Hol dir am besten das... Ja. Das? Ja, einfach da durchlaufen. Weil damit hast du die Abzeichnung gewonnen. Cool. Und ähm... Gar nicht so schlecht. Danja, was möchtest du zu dieser heutigen... Zu der heutigen Obi sagen? Ja, also der Mittelteil war glaube ich nicht ganz so gut. Aber... Ja, das kann ich bestätigen. Unterschreiben. Ja, ich find's ganz nett, dass du nochmal rüber gekommen bist und mir helfen wolltest. Aber ich hab's ja dann doch alleine noch hingekriegt. Ach so, wolltest du meine Hilfe jetzt gar nicht? Nee. Ach, Leute. Ja, Danja. Dann verschwinde ich jetzt. Meine Kamera ist schon längst aus. Das heißt, du machst jetzt das Outro alleine. Alles klar, bis dann. Bis dann. So ihr Lieben. Falls euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne kommentieren, abonnieren, die Glocke aktivieren, Daumen hoch. Falls es euch nicht gefallen hat, Daumen nach unten, gar kein Thema. Ähm... Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss!